Wir haben hier Modeaufnahmen für den Frühjahrskatalog eines Versandhauses. Fotos in freier Natur und mit normaler Freizeit- und Geschäftsbekleidung. Allerdings haben wir die freie Natur ein bisschen präpariert. Diese Grube wird mit 5 Tonnen unserer Spezialpampe gefüllt. Die trägt einen Menschen, wenn er schnell drüber läuft, aber wenn er stehen bleibt, dann passiert das. Und jetzt das Ganze noch ein bisschen verstecken und schon können Models und Spaziergänger kommen. Unsere angeblichen Modeaufnahmen finden übrigens 100 Meter weiter im Wald statt. Aber so weit muss man erst mal kommen. Ach, ey, Schett. Wie kommen Sie da runter? Ich verstehe das gerade nicht. Wie? Ich wollte einen Spaziergang da drauf machen. Das darf aber nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Können Sie mir bitte mal erklären, warum die Jogger, die laufen ja da. Ja, möchte ich auch wissen. Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Nein, wir müssen da landen. Einfach auf dem Weg bleiben, genau. Auf dem Weg bleiben, ja? So viel Weg bleiben. Was ist? Was ist? Das ist fies. Was hätte ich denn sein? Sie haben ja gesehen, dass ich da reinlaufe. Nein, ich habe gerade noch nie meinen Apfel gegessen. Ich komme nicht mehr raus. Ich habe ja gesehen, dass ich das nicht mehr rauskomme. Das ist fies. Ich hab' ich gesehen. Ich habe keinen Tag. Ich habe keinen Tag. Ich habe keinen Tag. Ich habe keinen Tag. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Herzlich Willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Nein, nein, nein